Nein, ich bin schlafen. So, was machen wir, König? Nichts abwarten, abwarten, so wie wir sonst spielen. Mit Blutkammer. Meinst du, die sind zu aggressiv? Oh, da hat er schon mal keinen Käffler, also können wir Brust schützen. Wenn ich da wäre, würde ich mal eine LAN-Kabel-Koffe. Aber das wird bei einer Glasfaserleitung überbewertet. Pass auf, Simon. Wir haben ja schon noch eine Spitz. Pass auf, Pass, Simon. Was, das ist nicht so Masel wie du? Ja, genau. Oh, schön. Der andere war Library, glaube ich. Nein, der war lang. Ich habe ihn sogar mal angeschossen. Ja, ja, aber er ist in die Library gerannt, oder? Wo hat er das? Ah, nein. Jetzt wird er hart gefasst. Er hätte gar nicht aufgepasst. So ein Elend. Er hockt einfach am Eck und schon... Nein, der kommt kurz. Der kommt kurz. Wenn ich das sage, der... Das ist der vielleicht nicht, wo er sich... Ich krieg für den Apparator hier und du kannst rundum rennen und der aimt immer noch in die falsche Richtung. Ja, das war ein taktisches Outplay. Okay. Ich glaube, die kommen voll lang. Boah, ich habe einen Hatcher. Was? Mach die scheiße, Mag-7. Mit einer Stop-Gun, lol. Nein. Ja, Loll, oder? Ich habe gerne einen Deagle, was für ein... Ja, aber der drückt mir natürlich... Sofett mit dem Deagle, oder? Ah, shit. Jetzt wird's ganz wild. Oh, ich kann rundum... Ah, nein, ich kann nicht rundum. Der Banner ist short, hat gesteppt. Habe ich. Warte, warte, warte auf mich. Ich bin noch abgesmockt. Ich habe jetzt mal den Farmers. Ich bin noch gar nicht. Ich bin im Balkan hier oben. Das ist... Ich habe nichts gesagt. Oh! Nein, hinter mir, hinter mir! Er läuft zurück zum Boiler, aber ich habe Bombe gehabt. Er läuft Richtung Boiler. Boah, Mitte. Aber... Von wo ist jetzt der gekommen, dass der hinter mir war? Ja, der kann einfach Mitte durchlaufen. Oh, ich war auf lange und habe seinen Kollegen weggenast. Gnascht. Gnascht. Come on, come on, let's go! Ich bin noch nicht weg. Oh, der ist durchgegangen und durchgerannt. Ich war, glaube ich nicht am Ecken, aber... Ich habe einen Schwer, ich habe einen Schwer, ich habe einen Schwer. Ja. Und mit dem Mauspacker auf den Sack hier. Ich knall die ganze Zeit mit der Maus, kriegst du das Stream direkt da. Komm mal lang, komm mal lang. Ah, komm mal. Gange nicht. Na ja, ich bin tot. Er ist einfach links-rechts geredet. Kann doch nicht so schwer sein hier, das gibt es ja nicht. Halt es eben mal ab links-rechts bitte. Er ist durchgehend links. Ja, natürlich 17 AP aber noch. Na natürlich, ich treffe. Ah, Spoiler. Ja. Ah, gibt's doch nicht. Ja. Dann googelt er wieder um. Ist richtig unlucky die Runde. Ist richtig unlucky die Runde. Ja, natürlich trifft er seine Waffe wieder zuerst. Kaufen wir mal einen MP bitte. Hab ich schon die ganze Zeit. Dann flashe ich auf lang und... Nein, ich flashe jetzt durch einmal ganz kurz. Beide. Er flashe da. Mein Flasher. Ich flashe da. Ich flashe den Weg. Ich flashe den Weg. Und dann schaue ihn. Das war ja auch. Natürlich hat er AWP. AWP. Hat er. Ja? Schön. Bist du lang oder kurz? Ich geh nicht lang Okay Hast du du magst mal? Ah, noch kurz Wann noch lang? Zwei lang, beide können lang Wann da ist Library hingegangen? Nein, nein, der ist am Eck, der ist da Bombe ist da, ohne kurz Schott Er ist Schott Er ist im Heuwagen Er muss eh Bombe holen Ab Er ist im Heuwagen 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 Er hat direkt gewusst, wo ich bin Er ist im Heuwagen Ganz dubios Er ist im Heuwagen Er ist im Heuwagen Er hat schon einen Heuwagen Er ist im 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 Heuwagen Und der Weiß dein Bild Ich seh auch nix Oh AK Nein Willst du die AK, warte ich droppe sie da Ah, danke Er gib mir deine OMP Oh, da ist schon ein Flash gekommen. Bombi liegt schon ab. Der Zweite ist schon ab. Okay, er ist schon ganz links im Eck. Ich habe am 88 schon gearbeitet. Er muss Bombe holen. Er war Heuwagen. Boah, fuck, nein! Ein Zehn habe ich am gear. Und du hast ihm 89 gearbeitet, oder wie? 88, klar. Witz. Oh, schnelle Runde war ich. Hast du sie geflasht? Ja. Okay, weil der ist... Ja. Weil der ist nämlich mit der Hände oben ums Eck Krenko. Ja, aber dann dürft ihr nicht so geflasht. Wohl. Der hat nichts gesehen, der war wies. Was? Schön. Bombi stirbe mir, aber... Es ist halt einfach ein Z-Map. Ich habe Waffe gewechselt in der Mitte. Der hat der AK weggeworfen. Ich glaube, ich habe eine andere Waffe genommen. Pass auf. Hast du ihn noch? Nein. Er ist immer noch in der Mitte. Ja. Ben. Boah. Ich bin der Schock-Gun. Ich habe einen Schock-Gun. Der andere ist schon geflasht. Ich habe einen Schock-Gun, aber ich habe da geflasht. Der andere ist schon geflasht. Comeback. Comeback, ja. Was waren wir jetzt? 7-2 hinter oder so, oder? Israeli Comeback. Ja, war brutal, oder? Drop! Drop! Ich will ja mal... Mal abranken! Wo abranken!